Was geht ab, ihr Ganschildchen? Willkommen zurück zu der neuen Folge Troubled at Terminus Town. Hallo. 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 Wer ist dabei? Hallo. Vorsicht, Peter. Dalu ist hinterlich. Hallo. Ne, das ist schon mal gut. Ne, hallo. Was muss er sagen? Ich strebe auf. Oh, da war. Ich glaube, es sind Peter und Shay. Hier kannst du echt mit niemandem reden, ohne von Dalu direkt ins Visier genommen zu werden. Ne, ich bin mir sicher, es ist Christian, aber ich hau mal ab. Haha, gut zu wissen. Kannst du das in irgendeiner Weise begründen? Ich habe gerade Baby gehört, glaube ich. Ein bisschen getanzt. Hallo. Christian, ich habe dich nur tanzen sehen. Jetzt war auf. Schieß erst die anderen ab, wenn du es bist. Ne, ne, ne. Das wäre fair, Christian. Das stimmt aber wirklich. Ich habe genau gesehen, wo du hingelaufen bist. Du kannst nicht vor mir fliegen. Ja, das sage ich dazu. Boah, wie er sich wieder umgedreht hat hier, der Knecht. Also, Bram ist schon mal innocent. Mein Radar sagt mir, wo du bist. Du bist der einzige Punkt, der rot ist. Warum ist Bram innocent? Ich habe Angst, dass du eine Taube hast, wenn du um die Ecke kommst. Deswegen muss ich immer stehen. Ja, das wäre schwer. Okay, jetzt habe ich mich versteckt. Das war's. Jay sieht auch relativ gut aus. Taube, Jay. Was? Jay sieht auch relativ gut aus. Hinter dir, Dalu. Wo denn? Wo ist die Taube? Wo ist die Taube? Hä? Wo kämpft ihr denn gerade? Möcht ihr mir das sagen? Peter, Peter ist der andere. Wo ist denn die Taube? Okay, Peter ist der andere. Stopp. Peter ist schon mal tot. Also, nur noch Jay. Ramblings ist Jay. Nein, nein, nein. Das war ich. Ich dachte, Peter hat gegen dich gewonnen. Ich habe auf dich geschossen. Ich habe Peter getötet. Du hast tot und Jay ist der andere. Ja, ich dachte, Peter hat gegen dich gewonnen. Deswegen der Schuss war von mir. Das stimmt. Und Jay war aber auch hier. Jay hat safe die Taube genommen. Ja, ich folge gerade noch der Blutspur, die hier auf dem Boden ist. Da war sie. Da war sie. Die hat mich Bram weggemacht. Ich habe auf dich geschossen. Das war nicht. Oh. Lo... What? Okay. Ich habe... Was war das? Memo of Fate war das. Das war Memo of Fate. Das war alles seltsam. Das war Memo of Fate. Ja, das war jetzt nicht so gut, der Start. Da guckt er. Da sneaked er einmal um die Ecke. Und dann sneaked er wieder direkt zurück. Der Sepp. Hat er mich direkt erwischt. Da war ich trotzdem tot. Ich habe dann echt einen Ramm getötet. Was hat das denn gemacht, Christian? Hast du die Tür gedeckt, sozusagen? Weil du so links, rechts geguckt? Nein, ich habe die Waffe gewechselt. Den hier wieder gemacht. Du hast ja den Trailer-Tanz gemacht. Nein. Nee. Ein Trait. Der Trait. Der Trait. Den ich shoppe... Links, rechts, links, links. Ja, genau. Der ich shoppe, aber ich bewege mich, damit keiner erkennt, dass ich shoppe dann. Ich bin halt während des Shoppens gegen Bram gelaufen. Dann hat Bram nicht gestört. Weil ich Glück gehabt. Nee, ich habe mich auch die ganze Zeit so umgedreht, weil ich am Anfang auch dachte, weil Dado schon so früh Christian, wie sie hatte, dass Christian sein könnte und ich dachte... Hallo, Dado, 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 Dado. Dado? Dado hat gerade gekauft. Dado hat mir die Haare aus dem Gesicht gemacht. Dado hat gerade gekauft. Möchte ich einmal sagen. Ah ja ja. Den hat er noch weg, wenn er so... Den hat er wieder die Haare aus seinem Gesicht gemacht. Den hat er wieder die Haare aus seinem Gesicht gemacht. Den hat er wieder die Haare aus seinem Gesicht gemacht. Ja ja, so wie immer. Der ist schon weggelaufen. Der ist schon weggelaufen. Der ist schon weggelaufen. Dado, oder? Was machst du davon Quatsch? Ja, der ist am Ende des Ganges. Der ist mit Regalen rum. Warum hast du einen Stick in der Hand? Prop Exploder oder was? Ich hatte ein Regal in der Hand. Wenn du dir unsicher bist, dann soll er damit was hochheben. Ohne die Waffe zu wechseln. Ja, guck mal. Da. Und was passiert denn, wenn der wird hochheben? Der kann es nicht hochheben mit dem Prop Exploder. Okay, doch, doch. Der rennt damit durch die Gegend. Da ist der, hallo. Der Traitor. Aber dass du einfach keine Waffe in die Hand nimmst, dass du dir so sicher bist, Na, weil hier war halt keiner. Ich habe halt eine Brand halt geworfen. Ich habe Angst vor der nächsten Taube halt. Ich habe erst gesehen, dass ich eine Brand hatte. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich bin gleich tot. Peter Smits. War das? Nein, nichts. Alles gut. Peter ist netter. Krass. Da du, du Fiesling. Du bist halt hart an mir vorbeigerannt. Oh. Ja. Hier ist eine Melone drin. Hier ist eine Melone drin, Christian. Und hier ist der Brammen drin. Brammen. Ne, warte mal ganz kurz. Ne, okay, Brammen ist es. Brammen ist safe. Nein, warte mal ganz kurz. Habt ihr die kaputt gemacht? Nein, ich bin das nicht. Peter war das dann. Nein. Alter, fuck you. Ja, ich war es sicher nicht. Hier sind so viele Räume, die sehen doch alle gleich aus. Oh, oh. Der Hunter geht rum. Ja, die geht bei dir nicht hoch, wenn du Trailer wärst. Okay. Ja, eben. Boah, dir hat Dalu wahrscheinlich selber platziert. Was macht das? Was passiert dir jetzt nochmal? Der Slenderman ist so ein Jumpscare, der manchmal kommt. Alter, hör doch mal auf mich hier zu fronten, Alter. Peter. Du musst das gewesen sein. Ach, deine Mutter. Alter, ich bin aus der Tür rausgelaufen. Ja, da kamst du mir entgegen. Und bist, hast du dir wieder umgedreht. Da ist Brammen. Ah, endlich wieder. Bin mir nicht sicher, ob Brammen halt nicht ist. Hier ist Blut an der Wand. Sag mal einfach, wo Peter ist. Also Christian ist 100% Inno. Da kann nichts schief gehen. Das müsste jeder Inno... Peter hat die Melone gelegt. Nein. Christian, glaub ihm nicht. Doch, hast du. Prob Exploder. Sepp. Okay. Sepp und Peter und Bram. Also einer von euch dreien. Okay. Ist der Christian erwischt. Komm schon. Sepp ist es! Wo seid ihr denn? Ich hab noch keinen gesehen. Daru erzähl mir was Neues, bitte. Oh fuck, Alter. Wer ist denn jetzt hier mein Kollege? Mich. Peter hat die Melone gelegt. Fuck, Alter, Mann. Ich hab halt noch keinen gesehen. Das ist der Schlimme. Und ich bin diesmal innocent und frag halt, wo ihr seid. Das kann doch nicht sein. Sein kann das schon, aber gut für dich ist das nicht. Hier ist... Ich hab Sepp. Ja, ich hab Sepp. Ja, ist egal. Natürlich bin ich das. Ja, da ist er! Da ist Peter. Nice, aber nice. Boah, Bram, man. Da haben wir wieder ne geile Fusion gehabt. Alter, da fahre ich direkt neben mir. Da hatte ich aber auch dann ein Standbild, so ne Scheiße. Ja, 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 ja. Scheiße, Scheiße. Und Peter, hast du die Melone gelegt? Ja, sicher hab ich die Melone gelegt. Ja, sicher. Boah, ohne Scheiß. Dieses, warte mal kurz, warte mal kurz, das ist so ein typisches Bram-Ding gewesen. Ja, warte mal kurz, bevor du mich wegmachst, damit ich Peter wegmachen kann. Ja, ja, das sagst du immer als Traitor. Ich war echt kurz davor... Ne, das ist ja wohl was eigentlich gut gemacht, aber ich hab vor, ist zu sterben. Ja. Egal, ob der Traitor ist oder der Innocent. Ne, aber dann sagt er sowas meist, wenn er Traitor ist. Hab ich kurz gedacht, da überlebt die Lämmen sogar noch der Arsch. Hätt sie doch wegschissen sollen. Ja, hättest du richtig, ja. Ja, die habt ihr natürlich auch direkt gesehen. Bei den Melonen ist ja gar nicht so einfach, finde ich, weil du von beiden Seiten immer kommen kannst. Vor allem, du rennst ja nicht die ganze Zeit mit dem fucking Magnetostick rum, während zwei Leute neben dir rumrennen mit Waffen. Ne, ich wollte das grad... also, bei mir war keiner vorher. Und du kamst gerade an, als du es platzieren wollte. Ja, aber ich war ja relativ lange bei dir, dann hast du das Regal weggepackt, das du über den Magnetostick in die Hand genommen bist du mal rumgelaufen. Ja, dann musste ich das irgendwie überspielen. Jay! Das ging schnell. Da will ich den Punkt haben. Hat er wieder die Melone ausgepackt? Äh, ne, ich hab mir nur die Taube oder hat er... Das hab ich gemacht? Einen geilen Kill gemacht. Ich mein, es war ein Shot, also ich hab Schüsse gehört. Aber er könnte auch Low sein. Aber ich bin in deiner Nähe, ne? Ich hab nichts mal was gehört. Was denn passiert? Also ich hab ne Shotgun und ne Galerie oder so gehört. Was denn passiert? Was ist denn los? Ich bin mir jetzt grad echt unsicher. Ich hab schon so lange niemand mehr gesehen. Ich hab's selbst gesehen. Aber bei dem ist alles, alles Prop ist bei dem. Ja, Bram macht mir ein bisschen Sorge, der dreht sich kaum um bei mir. Du bist hinter mir gerade. Ich trinke Städte. Komm schon. Hier waren doch, hier waren doch die Schüsse. Jay ist mit mir. Oh Gott, der ist in nem Raum, da wo die Melone drin war. Dann weiß ich immer wo. Find den Raum mal. Hier trinkt er. Wie die Bogen, wie die Bogen der Jay, der geht. Hallo! Scheiße! Das kommt ganz schön laut. Das kommt ganz schön laut. Da, du fickt mich! Er läuft in die Mitte, Leute! Mann, Bram, jetzt helfen wir doch mal! Da ist er! Da ist er! Junge, Junge, Junge! Alle vier! Brrrrrr! Sehr gut! Auch nicht schlecht, ey. Aber vor allem auch komplett lächerlich. Ich hab nicht mal... Ich hab doch... das Radar gekauft. Und den Little Helper, der nicht bei V funktionierte. Warum hat der nicht funktioniert? Ja. Was soll das denn? Den Little Helper kann ich... Dalu und Jay mit ihrem Schauspieltheater, ey. Was ist denn? Dalu? Den Little Helper kann ich doch mitten im Kampf aufziehen, oder? Ja, ja. Kannst du jederzeit eigentlich verwenden. Er hat cooldown, nachdem du den einmal verwendet hast. Eigentlich? Ja, aber bei mir kam gar nicht die An... Vielleicht hab ich ihn auch vergessen zu kaufen. Weil bei mir auch gar nicht die Anzeige kam. Vielleicht hab ich vergessen, ihn zu kaufen. Ich hab den aber mal nicht ausgewählt. Ich wollte den halt auch haben. Komischerweise. Okay, brav. Wir sind jetzt im Team diese Runde, okay? Nee, wir sind nicht im Team. Alles cool. Doch, ich truste dir jetzt hart diese Runde. Alles klar macht das nicht. Nichts, Dalu. Doch, ich truste dir hart. Nee, ich geh auf einen anderen Weg. Ist cool. Nee, lass mich doch... Komm, lass zusammenarbeiten. Du hast mich schon verschissen. Ich komm schon, Bram, Alter. Wir sind jetzt Freunde. Alles klar, komm, lass machen. Wirklich? Ja, ja, okay. Lass machen. Okay, cool. Alles klar, pass auf. Du kannst mir vertrauen, ich darf hinter dir her. Pass auf, hier ist Christian. Wenn ihr euch gegenseitig schon trusted und Sepp da eigentlich schon rumballt, das geht ja gut. Nee, Bram und ich machen das jetzt. Das find ich super. Bei mir ist immer noch Jay und Dennis Schotty. Die Chance ist... Du weißt, dass ich da nicht Traitor bin, oder? Ich hätte doch schon nichts geschossen. Ja, du bist hinter mir... Wat? Du weißt, dass ich da nicht Traitor bin, oder? Wie Traitor? Deine Mutter ist Traitor. Ja, wir sind im Team, aber du weißt, dass ich Traitor bin. Ja, ja, ich weiß, dass du Traitor bist. Das wird schnell. Alles cool, deswegen sind wir auch in einem Team, ne? Deswegen sind wir in einem Team. Ja, genau. Folgt dir eigentlich auch noch jemand? Ja, Sepp folgt mir. Naja, aber ich seh keinen mehr gerade. Ich will den einfach wegmachen. Das ist eine Ausbildung, ey. Peter und Bram rennen da rum. Weil du kriegst auch... Nee, uns folgt keiner mehr. Alles ist cool. Alles ist cool. Sollen wir uns hier einfach in so eine Ecke campen? Ja, okay, komm. Christian, hau nicht ab, ey. Wass auf, ich kann nach links gucken? Nee, Moment. Da, da, hab ich einen gesehen. Da ist Sepp, da kam er. Sollen wir den machen? Sollen wir den einfach machen? Ich schmeißt ihm einfach einen Platz mal entgegen. Und wenn ich den treffe, ist vielleicht... Loin, alter Bram. Okay. Das find ich gut. Haha, bist du jetzt ne Schildkreuz. Dann find ich schon mal gut. Brennt Christian, Christian! Christian ist es. Den haben wir. Christian ist tot. Christian ist tot. Okay, Dado, du bist ein Team. Dann sind wir ein Team, aber... Dann muss ich einer, ihr zockt. Dann hat er die nämlich kurz vorher... Wie ich der andere? Was willst du hier uns gegeneinander ausspielen, Dada? Einer von uns dreien muss Trailer sein. Mein Schildkrötenpanzer hat mir den Nachspieler. Weil die anderen drei nicht sind. Okay, aber das ist Sepp mit Ballern. Ja, ich hab einen Melan. Nein, der hat grad den Trailer gekillt. Okay, Dado hat einen Melan abbekommen. Ja, da muss einer von uns Trailer sein. Ja, einer von euch beiden muss es sein. Einer von uns beiden muss es sein. Ja, P, da ist es. Da kommen die anderen schon. Na komm, macht jetzt was! Einer von euch ist es! Wer von uns geht, der schickt ab. Ja, das ist doch richtig so. Ich glaub, ich geh auf die andere Seite gerade. Ja, okay. So, aber Sepp, ne? Mach das von euch aus, ey. Wer von denen verläschtet den Pit, der ist tot. Ich find das tot. Der Pit ist hart am Stizzel hier. Der hier über die Linie geht, der ist tot. Ich mach's aber nochmal spannender hier für euch jetzt. Brandgranate ins Pit. Ey, was ist das? Das ist keine Brandgranate. Das ist kein Brand. Nein, das ist keine Brand. Nein, das ist keine Brand. Das ist cool. Machen wir mal spannender für die Trailer. Jetzt hast du die Chance, alles so... Bram ist es! Bram ist es! Wie Bram ist es? Peter, Peter! Jaaa! Ich hab auf... Als ich gesagt hab, ich bin Trailer, dann wusste ich, dass du bist. In der Sekunde hast du die Japone gekauft, du Snitch, oder? Nein, hab ich nicht. Echt nicht? Also nicht in der Sekunde, wo du gesagt hast, dass du Trailer bist. Das hab ich viel später gemacht erst. Weil als ich Trailer gesagt hab, ich auch die ganze Zeit gegrinst, weil deine Waffe ist... äh... gewechselt. Wohin denn gewechselt? Man wechselt doch nicht die Waffe, wenn man was kauft, oder? Ja, auf... Nee, aber auf nichts und dann wieder halt auf deine Waffe. Und dann dachte ich mir so... Alles klar, Peter! Du Snitch hast gerade eingekauft! Richtig nice! Aber wer darfst du immer in den Glauben? Aber als Sepp dann kam, bin ich ganz ehrlich... Ich war mir 100% sicher die ganze Zeit. Und als Sepp kam, weißt du, da dachte ich mir so... Okay, verdammt. Vielleicht hat Sepp aber auch... Nice geflayed. Aber das heißt, wenn man die Trailer-Menü aufruft, dann verschwindet die Waffe, oder was? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Also eigentlich sollte das ja zumindest nicht so sein. Auf jeden Fall ist das aber gerade der Punkt, wo ich mir dann, bis Sepp kam, eigentlich 100% sicher war. Warum ich auch gesagt hab, du läufst vor. Weißt du? Peter, wir können das ja mal testen. Wenn du jetzt Trader bist, dann komm ich zu dir. Ja, ich bin aber nicht Trader. Äh... Entschuldigung. Lol! Und Bram ist nämlich jetzt Trader. Hier ist ein Trader. Aber komm, wir arbeiten jetzt zusammen, okay? Alles klar, wir arbeiten zusammen. Ich habe Angst vor Sepp. Sepp ist bei mir, wenn ich tot bin, bitte. Ja, okay, hier ist es cool. DALU, mein Team-Mate! Der Zweiten? Nicht den Ersten? Nicht den Ersten. Der Zweite, den wir sehen. Hallo, DALU! Das ist okay, bin ich auf Schisse. Von beiden Richtungen, wo er nur noch von links kommt. Sepp, schmoppen, sag mal hier mal. Okay, den Ersten lassen wir mal durchgehen. Sepp, lass mich dich hinter dem verstecken, bitte. Ja, wobei hier teleportieren ist jetzt nicht so. Der versteckt hinter Christian. Ja, wer weiß. Vielleicht hat er noch so einen Man-Hacks raus. Ja, DALU! Was?! Sepp hat auf DALU geschossen! Okay, also sind die Jay und DALU, oder was? Ja, keiner von denen macht ja... Bram, ich bin mittlerweile dafür, dass auch der Erste... Ja, warte, ich war krass! Der schießt aber auch den, den wir sehen! Aber ganz ehrlich, vielleicht sollten wir nicht hier bleiben, weil wenn die sich so ein Ding ins holen, dann... So, weißt du? Du meinst, du sollst auf die Ticken gehen? Ja, sorg dir, dann lass es ganz langsam gehen. Komm mit! Ja, komm mit. Jay und der andere. Follow me! Christian. Ja. Ist egal, wenn ich nackt. Wir schießen nicht auf alles, was nicht hier bei uns steht. Peter, jetzt schieß es doch mal endlich ab! Nee, nee. Das ist mein... Mein Friend. Oh Gott! Da, hinter uns! Oh, beide auch! Oh, Pam, Alter! Oh Gott! Oh Mann, DALU! Du bist da voll durchgelaufen! Okay, irgendeiner ist wieder am Stizzle. Wie geht es dir so? Ach gut, alles okay. Bram, Jay ist wieder am Stizzle. Habt ihr alle auf DALUs Körper gezielt? Das ist aber ärgerlich wahrscheinlich. Ich hab da gehofft, dass der wieder am Start ist. Aber wir könnten... Ja, du hast dich ja nicht hier wiederbelebt. Beiden Seiten smoked. Nee, das wäre auch ziemlich dumm gewesen. Aber guck mal, warte mal. Unterstütz mich mal kurz hier. Äh, indem du mich schützt. Okay. Geht das? Warte. So. Nee. Kann ich das nicht? Nee, das kann ich nicht heben, ne? Nee, das kann ich nicht heben. Aber das Regal! Das ist auf jeden Fall schon ätzend, leider. Das weiß ich übrigens. Hat die leider wohl nicht erwischt. Oh, nice! Hier habe ich noch eine kleine Granate. Okay. Der dürfte aber auch nicht so viele Dingens haben. So viele... Moments. Nee, Punkte. Nee, nee. Punkte. Nee, nee. Du kannst ruhig mit uns reden, wa? Wenn du möchtest. Ja, ja. Ich muss nicht konzentrieren. Wir wissen ja, dass du lebst. Ich habe viele, viele Punkte. Viele, viele bunte Punkte. Oh, der schießt auf mich von der Seite aus. Der hat diese komische Scheißknarre. Macht nichts. Könnten gehen. Weg hier, sagst du? Alles klar. Alles klar. Boah. Das ist nice, Alter. Wir reden jetzt einfach vor dem Weg. Nee, da nicht. Hier aber. Ja, hier ist gut. Geht's? Okay. Defibrillator Dalu-Card. Ja, ja. Oh nein! 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 Nooo! Und du unterschattest trotzdem, ey. Nicht schlecht. Hab ich dich gekillt, Kinder? Ja, hast du. Das war dasselbe bei den Angreifern passiert wie bei uns. Sorry. Genau das selbe. Ich hab dich gekillt? Nee, du hast mich einmal angeschossen und dann bin ich gestorben. Du bist reingelaufen als ich gerade auf dich angeschossen hab. Das war so genau der gleiche Move. Jetzt wollen Peter reinkommen und die Bram schieben. Das ist ein ufassbar geilen Weihnachtspulli angezogen. Ja, die Zeit hattest du auf jeden Fall. Es ist schön warm, muss man sagen. Geil. Achso, unser Weihnachtspulli ist der? Ja, unser Weihnachtspulli hab ich gerade gemacht. Ich will auch unseren Weihnachtspulli. Und da hab ich das Gepäckchen gerade drauf gemacht und ihn angezogen. Es ist schön warm, echt. Jetzt musst du wahrscheinlich gleich erstmal voller Flusen, oder? Das ist ja immer bei frischen Sachen. Ob ich jetzt voller Hundehaare oder voller Fusen, ist egal. Peter ist auch immer voller Fusel. So. Da, du. Da bist du. Da, du. Da ist mein Teammate. Vor allem der Postmann ist so geil. Das ist ja unser Postmann, den ich nicht leiden kann. Weißt du? Und weil der halt keinen Bock hat, irgendwie einen Namen einzubringen. Weil mein Name ist ja auch sehr lang, ne? Und hat der einfach aufs Ding gehauen. Und UVR hat jetzt das Paket angenommen. Oh, das ist ja... UVR, ja? Das ist cool. Wenn ich jetzt sage, ich hab aber gar nichts gekriegt. Und dann soll der mir mal zeigen, dass ich das angenommen habe. Du musstest gar nichts unterschreiben, oder was? Da, du. Jetzt lass doch mal hier Freunde sein. Doch, ich hab da einfach auch draufgemalt. Bist du diesmal nicht mein Freund? Das ist ja auch keine Sau. Hast du UVR auch draufgekommen? Ich geh... Brand. 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 Mal da du ey! Oh man, warum denn ne Brand? Oh, man fühle mich nicht. Du bist da auch drauf. Du kannst auch nicht mehr da abschütteln können. Burn baby burn. Ja, bis dahin. Du bist doch... Das ist doch... Ich roll mich auch Dalu. Das hast du jetzt ja echt toll hingekriegt, oder? Hab ich ja auch. Finde ich jetzt echt scheiße. Finde ich echt scheiße von dir. Mann. Ach ja. Erst gibt er mir eine Mesh-Shop Dalu. Hat er bestimmt. Ich glaube nicht, dass Dalu sich zum Shoppen in die Ecke stellt. Ich glaube schon. Das ist keine Brand, das ist eine Disco oder eine Frack. Oh, war aber eine Disco. Wie du mal Angst vor der Frack hast. Sepp ist es! Und Jay, oder was? Nein, nein. Weißt du nicht, das könnte halt einer von euch auch sein, ne? Wieso ist der umgefallen, Jay? Hat Dalu den gemacht? Ja, weil Sepp ist es. Dalu hat den noch gemacht mit dem Deagle Headshot. Das ist ein Scheiß. Lol. Ja, okay. Bleibe ich jetzt hier an der Leiche. Okay, aber wir sind zu dritt. Könnte auch jeder von uns sein. Seine Mutter! Könnte auch jeder von uns sein, aber das ist halt üblich. Meistens fehlt der Traitor. Meistens fehlt der Traitor. Meistens fehlt der Traitor. Scheiße, ey. Aber Jay und ich sind auch später dazugekommen. Peter liebst du noch? Nein. Nein. Ich habe tatsächlich diese ganze Runde nicht einen einzigen gesehen. Das heißt, wenn du jetzt jemanden von uns siehst, siehst du alle. Genau. So, Deagle raus. Und Peter jetzt davor lange kommt. Deagle? Willst du jetzt den Dalu machen, oder was? Das Level von Bram ist gerade gestiegen, ey. Das heißt, ich bin jetzt dein Ehreopfer. Das heißt, Bram, du musst jetzt leichter die Headshots drücken gegen Christian. Ja. Ja. Oh, das ist gut, mein Freund. Peter kommt nicht. Peter kommt nicht. Oh, da habe ich mich erschrocken von Peter. Alter. Ja, da war ein Baby. Ja, das stimmt. Das war ja sogar wirklich Peter. Alter. Das Ding habe ich doch krass. Wie ich direkt übergebrockt wurde. Das habe ich erst gar nicht gecheckt, dass das Baby vorbeigekommen. Nee, das war so ein Reaktionsding, weil ich mich erschrocken habe vor Peter. Ja, weil der sich so angeschlichen hat. Die Zaube war zu langsam, Sepp. Geiler Kill. In der Zeit flog noch eine Kugel. Und beim Fliegen habe ich noch kassiert, ey. Das war schon übel. Richtig. Jawoll, nach rechts. Jetzt müsst ihr euch angucken. Geiler Kill. Jawoll, Dalu ist auch dabei. Alter, noch nicht wieder Alps, Jungens. Ich spiele eh nicht. Ja. Ja, vielen Dank für zu schon auf jeden Fall. Wir hatten viel Spaß. Dass der Endpunktstand gewonnen hat, Dalu. Nee, Jay. Entschuldigung. Oh, hey. 43 Punkte. Oh, nice. Oh, hey. Ich gewonnen. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Tschüss.